Hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder da seid oder immer noch da seid. Jetzt geht's weiter mit Festnahme. Let's go. Zug kannst du ein bisschen langsamer fahren. Hilfe, was passiert? Oh Gott. Okay, das ging ja mal gut los. Ich bleibe einfach hier so, ich verstecke mich jetzt. Kann ich... Er gibt einfach Vollgas und es passt. Hä? Was zum... Okay. Ach, ich bin unter Wasser. Äh, unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser. Nee. Wo geht's? Oh oh. Ich sterbe jetzt an Wasser. Ah, okay, gut. Wo bin ich? Was ist das hier? Wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Ähm... Kann mir mal einer... Was ist das hier für ein Unsinn? Gigantischer Nonsens. Ähm... Hilfe! Warum krieg ich jetzt auf einmal Schaden da unten? Keine Ahnung, ich hab wahnsinnig viel Schaden gekriegt. Nee, hier geht's nicht weiter. Das ist doch Quatsch. Zitter all. Nee, du wirst mich doch verarschen. Oh Gott, nee. Es gibt halt wirklich Zitterahle im Wasser in einer Laboreinrichtung. Ihr wollt mich doch... Das ist doch ein Troll. Wow. Huh! Nee, da komm ich nicht hoch. Was... Wie kommt dieser Zitteraal hier her? Das ist ja wohl der größte Unsinn, den ich jemals gehört hab. Huh! Oh! Nee, das ist... Das wird nix. Einfach nur... Da rüberhüpfen kann ich auch nicht. So schnell bin ich nicht. Okay, aus irgendeinem Grund sind jetzt die Dinger hier... ...nach oben geschwommen. Uh, was macht er denn da? Wolltest du dich umziehen? Hat er sich umgezogen? Hat er gedacht, die anderen Klamotten gefallen mir besser oder sowas? Ich glaube, fast ja. Oder am Versporn gewesen, ja. Ich hab nie... Nein, ich hab Half-Life auch so gut wie gar nichts gesehen. Ich hab mal ne... ...ne Kurzzusammenfassung gesehen von dem Spiel. Äh, so ein Half-Life in einer Minute Ding, da wird ja aber gar nix... Da ist ja... Da sieht man ja gar nix vom Spiel. Das ist wirklich nur so ein Spaß-Video. Autsch. Scheiße. Jetzt hänge ich hier... Ja, ab ins Wasser zu den Zitteraalen, die hier grundlos existieren. Geht weg! Nein! Was ist hier? Warum... Warum geht's hier rein? Geh weg, geh weg, geh weg. Das ist zum Luftholen wahrscheinlich. Lass mich... Kann ich hier... Ja, danke. Lass mich durch. Dann muss ich länger Luft holen. Ich bin doch über Wasser. Jetzt ist es weg, das O2. Der fespert. Ja, find ich auch super. Wow! Okay. Oh nein, was ist das denn? Eine Armbrust. Oh nein, was ist das denn? Zeig dich, du Mistvieh. Wo geht's hier lang? Äh... Ne, lass mal. Aber ziemlich sicher muss ich da durch, hä? Früher oder später. Muss ich da schwimmen. Jetzt wollen wir erstmal das dicke Ding killen. Ey! Haben Sie es gesehen? Die behaupten zwar, dass Sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgesprochen ist. Im Hai-Käfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen das aber gerne ausprobieren. Im Hai-Käfig? Warum? Warum haben die sowas? Warum habe ich eine Rakete gestartet? Was macht dieser seltsame Mann im Anzug? Warum? Oh, okay. Wow. Wirklich? Ein Betäubungsgewehr? Warum will ich dich betäuben, bitte? Oh, Gott. Kann ich hier... Was ist das? Warum bist du so schnell? Hör auf! Ich habe dich getroffen. Warum bin ich jetzt hier drin und ersaufe? Ich werde jetzt ertrinken. Oh, Mann. Ich verprügel es. Ach. Wo bin ich? Ah, hier. Ja, dein dämliches Betäubungsgewehr hat überhaupt nicht geholfen. Und dann lande ich da unten drin und... Ja. Haben Sie es gesehen? Ja. Ich will hier direkt wieder raus Und zum Ausgang Ich will hier nicht unter Wasser rumkämpfen Das ist glaube ich Quatsch Warum? Habe ich es gekillt? Ich habe es gekillt Yes Es ist tot Geil Jetzt kann ich mich hier unten mal kurz umgucken Nee 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 Okay Okay Ich will hier unten mal kurz umgucken Oh mein Gott Okay Was zum Wo bin ich? Warum? Nein Terror Terror Ja ja Wet floor Schon verstanden Und Wo? Wo? Wah Oh Okay 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 Und Alle hopp! Ey! Da drüben ist der Mysteriöse im Anzug wieder. Können wir hier irgendwas drücken? Ne, denke nicht. Oh Gott, ich denke, das war jetzt eine dumme, dumme Sache. Oh ne, so schlimm ist es nicht. Sehr gut, da runter zu fallen, wollte ich sagen. Ey, wieso bist du respawnd? Nicht respawn. Geht hier irgendwas irgendwo? Ne. Okay. Ey, Tilo, das ist eine ziemlich wilde Geschichte. Oh je, oh je. Okay, ich muss hier irgendwas aktivieren, damit diese Dinger losgehen und ich da drüber hüpfen kann. Ah ja, guck mal. Jetzt geht's los. Alle hopp! Alle hopp! Alle hopp! Die Tür ist zu? Ernsthaft? Mist. Ah, ich bin doch ein Depp. Ich nehm den schweren Weg. Dabei hätte ich auch einfach hier hoch können. Na, schön. Das Game geht noch ne ganze Weile. Echt jetzt? Ey! Hier wird schon wieder irgendwas rein teleportiert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich, dass ich bald am Ende bin. Warum habe ich die Rakete gestartet? Habe ich am Anfang von dem, vom Spiel was verpasst? Wurde irgendwann gesagt, warum die Rakete gestartet werden muss? Kannst du bitte... Danke. 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 Blödes Vieh! Das war's für heute. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Was passiert hier? Warum subbel ich so? Mir ist kalt. Ja, lass mich einfach vorbei. Mir ist kalt. Ich muss ihn zwar... Lass mich da rein! Ach, dieses Spiel! Und die Steuerung, dieses Spiel und die Steuerung, die machen mich absolut kirre. Hallo! Ist euch nicht kalt? Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Sehr gut. Ich habe eine Nachricht für dich. Pass auf, dass du nicht... Okay. Auf was soll ich nicht treten? Auf irgendwas soll ich nicht treten, hätte ich gesagt. Hier sind Menschen unterwegs. Ey! Von wo? Ey! Was ist das? Sag mal! Sag mal! Packt's dir! Geht's noch! Wir sind noch mehr davon unterwegs. Stopp! Wo bin ich überhaupt jetzt gerade wieder? Schweinerei! Oh! 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 Wo bin ich? Ja, mach auf! Ich muss hier erst alles killen, wa? Ey! Blödes, kleines Mistvieh! Ja, bin ich. Lass mich hier... Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ihr wollt mich alle, ihr wollt mich alle. Hier ist kalt. Ich muss leider schnell vorbei. Kann mich nicht um jeden von euch kümmern. Sorry. So. Ja. Ja, ich habe eine Nachricht für dich. Komm her, du. Wo seid ihr? Vier Schuss habe ich in meinem Revolver. So nämlich. Waren es nur drei? Habe ich alle erwischt? Nachdem ich jetzt wusste, was mich erwartet, war es gar nicht so kompliziert hier. Let's go! Surface Access! Nein, nein. Ja. Nee, 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 nee. Hallo, meine Taschenmann bist an. Warum ist es schwarz? Wo sollen wir prima in den Segern zum Zerhören? Problem könnte gleich. Ja, der Wunsch im Teil der Bio-Einheiten sein wird es nicht mehr übrig sein. Die Taschenlampe dürfte ich behalten. Ansonsten haben sie mich ausgenommen. Die Schweine. Die Steuerung. Die macht mich so kirre in diesem Spiel. Es ist der reinste Abfuck. Hallo? Es ist so der reinste Abfuck, diese Steuerung, ne? Man scheitert an der Steuerung in diesem Spiel und nicht an nichts anderem. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Steuerung in Half-Life so fertig macht. Ich dachte, das wäre... So spielt man das. Danke. Jetzt hat... So, wo geht's hier raus? Da drüben ist mein Brecheisen. Das gute Brecheisen. Muss ich hier? Hier sieht's so aus, als könnte ich... Nee. Da unten. Nee. Da. There we go. Haben die mich einfach in die Müllpresse geschmissen, die Schweine. Rückstandsverarbeitung. Danke fürs Einverhalten, Leute. Schön, dass ihr da wart. Ich hab mich ein bisschen arg über die Steuerung jetzt bisher heute aufgeregt. Ich hoffe, es ist nicht ganz so unangenehm zum Zuschauen. In der nächsten Folge gibt's dann die Rückstands... Irgendwas. Ich hab's schon wieder vergessen. Jedenfalls, schaltet wieder ein. Bis dahin. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.